Soll ich dir ein Mädchen erzählen, komm, setz dich her zu mir. Von Dornröschen, Hänsel und Gretel, alles erzähl ich dir. Von den sieben Zwergen in den Berg aus Edelstein und dann von Schneewittchen und dem tapferen Schneiderlein. Märchen sind so schön, wenn man glaubt wie ein Kind. Was kann schon geschehen, wenn das Gute gewinnt? Märchen sind nie in Wirklichkeit, doch lieben sie alle Zeit. In tausend Kinderträumen soll ich dir ein Mädchen erzählen, hörst du mir gerne zu. Die Prinzessin oder der König und Hans im Glück bist du. Wenn die Hexe verbrennt, das ist uns ganz egal, es tut dir nicht mehr weh. Es war einmal und Frau Holle schüttelt, Aschen, Gretel, Gretel und auf einmal ist das Leben ein Traum. Aber auchinformativ, das ist uns ganz egal, dass es uns ganz egal, es tut. Hast du denn jetzt? Jetzt haben wir es nicht mehr weh. اجてjo € 1.0-2at regain. € 2.0-3atmentation wenn das blanch coeur mit vl raspberry in den Пока. Ab verf Je ging dir deinejąd uphold sein Cyber- qual這麼 konsequent das ist менее Hejges. Vielen Dank.